Hey sehr und konnichiwa, hier ist wieder euer Keanu, zurück mit Let's Play Project Zero. Und wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Wir begeben uns wieder auf den Weg zurück. Weil, liegt hier vielleicht zufällig noch irgendwas? Ja, nö. Ey. Das ist uncool. Mann. So uncool. Ich hasse sowas. Nein, ich komme dir einfach mal hinterher, weil ich komme. Nö, jetzt sind wir wieder. Miku, was ist hinter der Wand? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ritual des Blondämon. Das ist unser Wetzel. Ritual des Blinden Dämons. Am 26. Tag des 11. Monats als Vorbereitung für das Wirkritual. Zehn Jahre später eine Jungfrau mit heiliger Macht gewählt werden. Sie muss älter sein als sieben Jahre, neun Monate und 25 Tage. Das ist unser Rätsel. I don't like this Rätsel. I don't like Zahlen allgemein. I hate Zahlen. Wenn ich mich recht erinnere, war ich hier ein Speicherpunkt. Yay. Speicherpunkt. Hey, Jung, Speicherpunkt. Nein, ich will erstmal... Danke. Deckplatz 1. Ich will speichern. Speichern, speichern, speichern. Nicht mehr speichern, weil ich es einfach kann. So. Ja, ich will es nur zum Spiel. Danke. So, was hat Miku denn hier drüben gesehen? Was ist das? Kräuter Medizin, so. Was ist das hier? Scheinbar nichts. Auf dem Foto ist auch was zu sehen. Das ist doch dann drun. Gut, wenn ich zu dem Brunnen gehe und mir dieses Stein-Ding hole, dann kann ich da das Rätsel also mich darum kümmern. Sollte ich versuchen, mir zu merken. Dass ich wieder aufnehme. Heute habe ich mir vorgenommen, nicht ganz so viele Sessions aufzunehmen. Sessions aufzunehmen. Videos aufzunehmen. Ah, hier lang. Tatsächlich war es Typ 37 Film. Okay. Dafür müssen wir jetzt aber auch eine Menge haben. You want to be kidding me. You want to be kidding me for surely. I hate you so much. I love and marriage, love and marriage. Ich weiß nicht, wieso ich jetzt Al Bundy singe. Oh Gott verdammt, war nochmal dieses eine Rätsel da. Ach ja, das war hier drin, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen. Das gibt es doch nicht. Das ist keine fünf Sekunden her und schon habe ich es wieder vergessen. War das echt hier? Nee, das war nicht hier. Das gibt es doch nicht. Doch, 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 das war hier. Okay. Och Mann, ey. Jetzt dürfen wir gleich alle möglichen Zahlenkombinationen ausprobieren. Yay, freut ihr euch? Ich nicht. So, Moment. Und Datei. Nein. 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 Da ist es. So, wo ist mein Stift? Mein Stift ist hier. Wo ist mein Papier? Mein Papier ist nicht hier. Dann schreibe ich halt hier dieses Taschentuch voll. Ist mir doch egal. So, dann einmal eine 26, eine 11, eine 10, 7, 9, 7, 9 und eine 25. Gott, das Taschentuch brauche ich eh nicht mehr. Kann ich das jetzt einfach irgendwo voll krickeln? Ja, man muss auch mal zu unkonventionellen Mitteln greifen. So. Ich versuche es einfach mal mit den ersten Zahlen, die ich so sehe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, ich muss dorthin. 26. Und dann 11. Also, ich habe jetzt erwartet, dass, äh, dass sie sagen, nö, probieren wir einfach mal alles aus. Hat das direkt mit 26.11 funktioniert? Wer hätte das gedacht? Oh, ich hasse das. Ich hasse diesen Ort. Hier sind schon so viele fucking Geister aufgetaucht. Ich habe schon nur fucking Wahn. Entschuldigung, dass ich so oft fucking sage, aber stimmt doch. Aus dem Brunnen steigt etwas empor, was mir nicht gefällt. Wieso mag ich das nicht? Kann ich hier schon wieder? Ich klaue mir den Film. Äh, Speicher, ja. Entschuldige, dass ich mich so viel räuspern muss. So. So zum Spiel. Das ist nicht der Brunnen. Okay. Wo lag dann diese Platte? Oh man, ich habe keinen Bock, ey. Das erschreckt mich doch gleich wieder irgendwas. Ich erinnere mich, hier war diese blöde Krähe. Ähm. Krähe, 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 Krähe. Ach du bist der Kopfknickgeist. No, he wants to, äh, she wants to follow me. Ouch. Ach du machst aber kaum Schaden. Nein. Okay. Jetzt macht sie doch Schaden. Ja ist, bitte gar. Oh ne, wo bist du? Und zack. So. Ich war jetzt etwas stiller. Ich weiß nicht wieso ich jetzt die Schnauze gehalten habe. Auf jeden Fall. Die Olle platt. Ich war der Meinung, dass an diesen Säulen auch noch irgendwas geblinkt hat. Da war nur dieser eine Stein. Da konnte ich nichts machen. So, was war hier? Typ 37. Oh, der Punktraum. So, was will ich hier? Kaputter Spiegel. Kaputter Spiegel. Gequälte. Nein. Wozu bin ich denn jetzt hier hin? Zum Spaß, du Depp. Natürlich. Zum Spaß. Ah, ich hab auch so viel Spaß dabei. Das war nur irgendein komischer Stein, den ich nicht aufheben konnte. So viel weiß ich noch. Ich hab so viel Spaß grad. Ich hab so unglaublich viel Spaß. Oh mein Gott. Der Kahn. Und hier läuft's. Yay. Mach die Tür auf, mich Gudelein. Wieso gefällt mir diese Musik wieder nicht? Wieso mag ich sie wieder nicht? Wieso glaube ich, dass jetzt gleich hier Geist Ich hab jetzt einfach nur mal den Brunnen so aus Spaß angesprochen. Wehe, du lässt die Taschenlampe jetzt fallen, ich bin böse auf dich dann. Boah, das erinnert mich jetzt an The Ring. Boah, mann. Ein Kindergeist. Wird denn auch noch Kinder lachen? Oh, fucking uncool ist das. Boah, 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 dart. Boah, 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 dart. Boah, 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 boah. Das war uncool. Oh mein Gott. Ich glaube, der Vorteil ist etwas zu sehen. Ja, jetzt ist der Stein dort erschienen. Moment. Das ist vielleicht eines dieser entführten kinder Vokal ist etwas zu sehen Das sieht aus, als würde da jemand aus dem Brunnen rausklettern und sei schwer verwundet. Oh mein Gott. Das hat mir jetzt schon wieder gereicht. So, ich speichere jetzt. Und dann verabschiede ich mich erst mal. Für diesen Moment. Das war euer Keanu mit Let's Play Project Zero. Bis zum nächsten Mal. Ciao.